Virusball ist ein Fangspiel, auch als Aufwärmspiel zu verwenden, das eine große Ähnlichkeit mit dem Versteiner hat. Notwendig sind dafür zwei verschiedene Bälle. Ziel des Spielers mit dem Schwarzen, dem Virusball, die anderen anzustecken. Die müssen daraufhin stehen bleiben und die Arme heben, damit der Spieler mit dem Grünen, dem Impfball, eine Heilung vollziehen kann. Eine mögliche Variation dieses Spiels ist, dass der Besitzer des Virusballs genau nur einen Mitspieler anstecken kann und dann seinen schwarzen Ball sofort fallen lassen muss. Ebenso kann der Spieler mit dem Heilungsball, mit dem Grünen, auch nur einen anderen Mitspieler, einen Angesteckten, heilen und muss dann auch gleich seinen Ball fallen lassen. Wenn ein fallengelassener Ball länger als drei Sekunden gegen bleibt, müssen alle Spieler eine vorher ausgemachte gymnastische Übung durchführen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ho fragment. Tuckst. Tuckst. walking.